und heute geht es so ein bisschen um das internet ja unendliche weiten zumindest wenn es darum geht das an die richtige stelle zu bekommen und das ist hier bei mir so ein bisschen ein problem in den letzten jahren denn naja das internet kommt halt meistens irgendwie vom bereich der straße und das hier ist ein größeres gelände nennen wir es mal den bitbust like campus an die richtige stelle zu kommen bedarf netzwerk und das funktioniert nur so mäßig wie ich mir das vorstelle aber gucken wir doch einfach mal wie es aktuell aussieht wir haben am anfang hier unseren normalen router in dem fall jetzt hier eine fritzbox weil war halt günstig und der rest macht eh mein server und da unten da steckt das wichtige drin nämlich ein netzwerkkabel das geht auch nicht weit das geht ein paar meter und da ist dann der erste switch da hängen dann diverse geräte und räume und wlan und so weiter dran das funktioniert alles einwandfrei das ist ja auch so der aufbau den viele leute haben vielleicht jetzt nicht mit so einem großen switch aber router kabel und dann eventuell noch gerät hinten dran funktioniert auch recht zuverlässig zumindest so lange dass die einzigen anforderungen sind bei mir ist das problem dass mein studio in einer komplett anderen ecke vom gelände ist und da will ich gerne auch internet haben das heißt hier gibt es dann dieses wunderschöne kabel das rote das geht dann hier um die ecke geht hier in den kabelschacht rein kommt dann irgendwo wieder raus geht durch ein paar rohre geht durch ein paar wände und kommt dann im komplett anderen bereich hier auf diesem patch panel an das ist rein passiv das ist nur dass ich hier noch mal in andere gebäudeteile verteilen kann und von da aus geht es dann wieder weiter in dieses rohr es geht dann noch mal hier in dem gebäude wo wir jetzt sind einmal komplett von unten nach oben kommt dann da wieder raus und da geht es auch wieder auf dem patch panel und von da aus last but not least auf mein switch das ist so der haupt switch für hier im studio bereich und da hängt dann der ganze rest dran genau dieses ist mein problem denn naja wir haben jetzt quasi eine direkte verbindung zwischen dem switch den wir eben gesehen haben am eingang und hier diesen switch strecke ich glaube das müssten so 30 meter vielleicht sein ist weit unter den 100 metern die so ein ethernet kabel theoretisch kann aber halt auch leider nur theoretisch denn bei mir kommt ständig zu sowas hier 100 mbit das sind zwei gigabit switch die leitung kann gigabit sollte eigentlich nicht so sein und die 100 mbit sind noch nicht das einzige es ist teilweise dann auch wirklich so dass gar keine pakete mehr durchgehend paketverlust ist und das ist natürlich dann für internetgenuss eher schlecht so normalerweise deutet das darauf hin dass irgendwo was mit einem kabel nicht stimmt aber ich habe sämtliche strecken hier durchgemessen habe die dämpfungen gemessen und da ist eigentlich alles in ordnung meine nächste idee war dass es ein problem mit der stromversorgung gibt evernet kabel die wir hier in europa verlegen sind häufig geschirmt das heißt haben so einen metallschirm und es kann passieren dass über den metallschirm ausgleichsströme fließen wenn die gebäude nicht sauber geerdet sind ist hier aber der fall ich habe nachgemessen da ist nichts was irgendwie an strom drüber geht also das dürfte nicht unser problem sein was ich auch geguckt hatte ist einer der switche der hängt an meinem solar system das eventuell von da pwm rein streut dachte das wäre ein problem aber wenn ich mir die power rails von dem switch angucke da ist nichts von pwm zu sehen und ich habe auch zur sicherheit mal das ding nochmals strom jetzt gehangen hat genau dieselben fehler verursacht das letzte was mir jetzt noch als idee bleiben würde was den fehler auslösen könnte sind störungen von außen wie gesagt das läuft hier einmal quer durch ein gebäude und da ist jede menge zeug irgendwie in der nähe von diesem kabelschacht oder dem leerrohr da sind mikrowellen da sind irgendwelche funktelefon gedöhnses und vor allen dingen hier diese ja die röhren sind immer noch nicht ausgestorben und gerade die röhren machen halt mit ihren drosseln doch teilweise ziemliche magnetfelder also da könnte durchaus mal was einkoppeln und so strahlung von außen klingt dann auch realistisch weil dieser fehler mit den 100 mbit naja der tritt halt immer wieder sporadisch auf und wenn ich neu starte die strecke dann klappt es wieder für eine zeit alles nicht so dolle tja was nun guter rad ist teuer ich habe dann mal versucht bei dem patchpanel was man zwischendrin hatten dem rein passiven noch ein switch dazwischen zu machen das bessert die lage kürzere strecke heißt dass ein switch auch mehr reserven hat um störungen rauszufiltern aber eigentlich will ich an der stelle keinen switch und er braucht strom und muss nicht sein aber ist euch was aufgefallen alle diese störungen die ich jetzt beschrieben habe sind welche die magnetisch oder elektrisch bedingt sind hatten wir da nicht letztes so ein video dass es irgendwie sowas für datenübertragung gibt dass diese ganzen probleme löst und ohnehin viel schneller schöner und besser ist yep glasfaser glasfaser würde all diese probleme lösen und das beste ist naja ich habe hier zwei switches stehen an den beiden enden die auch sfp ports haben das heißt zumindest eine 1 gigabit glasfaser ist damit überhaupt kein problem und ich kriege noch direkten bonus denn so eine glasfaser strecke lässt sich auch ohne probleme aufrüsten neueren switch gekauft jetzt gibt es gebraucht irgendwie 10 gigabit relativ günstig und 40 gigabit 100 gigabit sind damit eigentlich technisch auch kein problem also zukunftssicher wäre das auf jeden fall heißt aber natürlich auch ich brauche eine glasfaser und zwar eine die ich in die switche oder dann in die sfps reinstecken kann also irgendwie lc am ende das ist das wo es kompliziert wird denn hatte ich ja beim letzten mal schon erklärt glasfaser selber kriegt man meistens recht günstig aber wenn man die verbinden will oder einen stecker drauf machen will und das kann ich halt erst nachdem ich das durch die ganzen rohe gezogen habe da braucht man üblicherweise ein sogenanntes spleißgerät das ist im prinzip ein kasten der erzeugt absichtlich lichtbögen und schmilzt damit das glas zusammen was da drin ist dass das wirklich komplett verbunden ist und das licht quasi verlustfrei da durchgehen kann dumm nur naja ich bin zwar bereit dinge auszugeben aber so ein spleißgerät mit allem zugehör was man so braucht da reden wir eher von 1000 euro aufwärts für eine strecke die ich hier machen möchte ist das jetzt eventuell sagen wir vom preis leistungsverhältnis nicht ganz angemessen und das war dann so meine begründung warum ich hier dieses kupfergeworstel über jahre immer noch weiter betrieben habe inzwischen hat sich auf dem markt aber ein bisschen was getan und zwar kommt ja immer mehr fiber to the home gut in deutschland jetzt weniger aber international findet man immer mehr glasfaser die in haushalten verbaut wird und die anbieter versuchen dann natürlich auch möglichst geld zu sparen allgemein werden größere mengen abgenommen und dabei gab es dann auch so einen stecker der jetzt sehr interessant wird das sind nämlich spliceless verbinder oder sogar non polish connector denn die sache ist ja wir können ja im prinzip die glasfaser relativ einfach freilegen das hatte ich ja beim letzten mal schon gezeigt und der stecker ist ja quasi nur so eine hülle außen rum das heißt wir können jetzt hingehen anstatt einen fertigen stecker mit glasfaser an eine bestehende glasfaser dran zu schleißen gehen wir hin isolieren quasi unsere glasfaser ab und stecken die in so ein gehäuse rein das wäre erstmal der spliceless verbinder normalerweise sind das dann welche die man polieren muss das heißt man schiebt die durch den stecker durch die kommt vorne wieder raus und dann schleift man das ganze mit ultra feinem schleifpapier runter so dass man vorne dann eine plane fläche hat ist mit ein bisschen arbeit verbunden braucht ein bisschen was an spezialzeug wie gesagt das schleifpapier muss natürlich extrem fein sein und man braucht auch ein bisschen übung um das halbwegs gerade zu bekommen aber es ist eigentlich machbar nur habe ich eben aber ja schon gesagt nur ein polish connector gibt es auch noch das klingt so als ob man das polieren weglassen kann das ist im prinzip ein stecker der hat vorne den bereich der nach draußen geht schon fertig und man schiebt von hinten die glasfaser in eine art optisches gel rein und der biegt dann die optik sozusagen zurecht das ist nicht ideal dabei verliert man leistung und entsprechend natürlich auch reichweite zuverlässigkeit und so weiter aber es ist extrem schnell erledigt und naja ich habe eben schon gesagt ich rede hier irgendwie von 30 metern werden das vielleicht sein eher weniger und eine gute glasfaser erreicht problemlos mehrere hundert meter beziehungsweise wenn man single mode geht sogar mehrere kilometer ich habe also ausreichend luft um da irgendwelche dämpfungen im stecker da auszugleichen und wie gesagt die stecker werden inzwischen immer häufiger verbaut entsprechend gibt es inzwischen auch aus china händler die einem die im einzelpack verkaufen so dass man nicht direkt irgendwie ein paar hundert oder tausend abnehmen muss und ich hatte die ganze zeit ein auge drauf gehalten und habe sie dann irgendwann so für ich glaube drei vier dollar das stück gekauft inzwischen sind sie bei 30 cent das stück ich hätte wohl noch ein bisschen warten sollen aber ja ihr seht die entwicklung geht immer weiter vorwärts nun habe ich stecker also gucken wir mal dass ich hier glasfaser verlege ich habe mich entschieden hier auf mono mode zu gehen vom preis her tut sich das inzwischen nicht mehr ganz so viel und ich habe mit mono mode wahrscheinlich eher zukunftssichere technik denn höhere geschwindigkeiten sind bisher noch nicht für multi mode spezifiziert also ich habe mir mal hier so einen ring gekauft das hier ist jetzt single mode faser oder genauer gesagt vier faser sind hier drin in dem kabel und der ganze ring hier ist 40 meter lang hat mich irgendwie so um die 30 euro gekostet ist also noch recht gut erschwinglich es gibt natürlich welche die höhere qualitäten haben die mehr faser drin haben so dass man mehr reserve hat oder verschiedene leitungen laufen lassen kann aber ich sag mal so für die standard gigabit dinger die ich hier habe brauchen wir zwei faser mit bd reicht auch sogar eine das heißt ich habe mindestens zwei faser noch auf reserve wenn mal irgendwas ist dass ich was nachrüsten will anderes system oder so das ist für mich jetzt erstmal okay das kabel muss dann jetzt quasi den selben weg wie das kupfer einmal lang gehen im ersten bereich ist das kein problem da ist ja ein kabelschacht das heißt da kann man es einfach durchziehen muss ein bisschen natürlich aufpassen so eine glasfaser die hatten biegeradius lest am besten mal wenn ihr sowas bestellt das datenblatt vorher ich bin deswegen hingegangen und habe zum beispiel hier an der stelle dann so eine schlaufe gelegt dass wir den biegeradius nicht ganz so ausreizen generell gilt natürlich je weiter man den radius macht desto weniger verluste hat man aber wie gesagt ich habe hier mehr als genug reserven deswegen kann ich im zweifelsfall auch mit hier solchen eigentlich eher zu engen radien arbeiten die sache ist naja irgendwann ist halt ende und dann kommen wir an diese stelle wo wir eben waren und ihr seht ja schon dieses rohr ist definitiv voll das heißt da komme ich leider nicht weiter die kupferleitungen wollte ich eigentlich noch drin lassen mindestens mal als backup für den fall wenn die faser mal nicht möchte dass ich da noch irgendwas in der hinterhand habe aber natürlich kann man darüber auch irgendwelche steuersignale machen ich denke da zum beispiel so an in one wire bus noch temperatursensoren hier überall verteilen zu können also brauchen wir irgendwie eine andere möglichkeit von a nach b zu kommen glücklicherweise gibt es da noch das hier ja damals beim bau hier von dem gebäude hat jemand mit gedacht ein bisschen zukunftssicher und hat ein paar kupferrohre vom keller bis zum dachgeschoss gelegt mit dem hintergedanken hier gibt es irgendwie so neumodiges zeug um irgendwie mit der sonne zu heizen sprich solarpaneele und hier gibt es zwar keine aber man hat halt die rohre schon mal hingelegt so die liegen jetzt hier seit ein paar jahrzehnten in der wand werden nicht benutzt und naja auch wenn ich gerne habe die befürchtung dafür kriege ich in absehbarer zeit keine zulassung und selbst wenn wir das in kombination mit photovoltaik laufen oder eventuell wärmepumpe oder solche sachen was heute eigentlich standard sein sollte und da brauche ich dann eh mehr als zwei röhrchen das heißt ich muss mir dann ohnehin einen neuen kabelschacht quer durchs gebäude basteln also nehmen unser kabel stecken uns da rein und im moment mal wo kommt denn überhaupt die andere seite raus ja das ist dann so ein anderes problem denn als die rohre gelegt wurden da war irgendwie der speicher komplett eine große offene fläche inzwischen sind die ein oder anderen trennwände drin und das ende vom rohr ist hier dummerweise in so einer trennwand drin was jetzt nicht so ein problem wäre ihr habt ja gesehen das andere kabel habe ich da auch rausgefischt von so einer abstellkammer wo ich die wand aufgemacht habe problem hier man hat das rohr auf der oberkante ja ich bin mir nicht sicher ob es nur zu gequetscht oder zu geschweißt wurde aber es ist de facto zu und ich komme nicht wirklich dran also müssen wir wohl die wand opfern sind zum glück nur gipswände das heißt ich bin hingegangen und habe dann hier mir erst mal ein loch in die wand gemacht ist zum glück nur eine werkstatt das heißt also da stört jetzt erstmal das loch nicht wenn ich da rumfummel und da sehen wir schon ein bisschen mehr unter anderem weil von der anderen seite von dem abstellkammer liegt noch eine betonsockel dazwischen den haben wir hier nicht und dann können wir sehen ich komme immer noch nicht weiter ja die rohre haben mich eine menge nerven gekostet muss ich sagen denn wer auch immer das ding zugemacht hat hat sehr gut gemeint und ich habe probiert irgendwie mit schraubenzieher von oben aufzubiegen mit zangen das ding zu biegen ich habe am ende aufgegeben und habe mir irgendwie angefangen das ding abzusägen also so oben den bereich der zusammengedrückt ist einmal weggesäbelt das rohr ist zwar jetzt reichlich kurz viel weiter runter sollte es nicht gehen ansonsten muss ich den fußboden fürs nächste mal aufmachen aber naja das hier sollte auf jeden fall reichen und ja dann ging es ans große ziehen also einmal zugdraht durch der kommt zum glück am anderen ende raus ich habe also das richtige rohr erwischt das ist schon mal sehr vorteilhaft und ja dann irgendwie die glasfaser so hinlegen dass sie sich abwickeln kann versuchen das ganze da reinzuziehen wie ihr seht ich habe das hier kombiniert ich habe in einem noch ein bisschen koax gezogen ich selber brauche normalerweise zwar kein koaxial geht ja heute alles über internet und ip oder so aber es gibt halt noch leute hier im gebäude die auch fernseh gucken wollen und das ist hier eine sehr interessante installation weil irgendwie auf dem dach war früher antenne auf dem keller kommt kabelfernseher auf dem dach ist satellitenschüssel und irgendwie fehlt immer mal ein kabel um das richtige signal an die richtige stelle zu boxieren deswegen einmal hier auf vorrat wenn man mal irgendwas braucht kann man das dann da benutzen so wenn man alles vorbereitet hat und die kabelwege erst mal frei sind dann geht das eigentliche verlegen natürlich relativ flott und ja im prinzip dann einfach einmal kräftig am zugdraht ziehen und fertig ist alles die faser hier die ist durch den außenmantel stabil genug dass man die auch ziehen kann das ist also alles kein problem und sind wir ja fertig also fast also schluss mit dem laberteil und auf rüber zum stecker neben dem steckern selbst oder in meinem fall zwei weil ich nutze ja duplex da braucht man da noch ein bisschen spezialwerkzeug hauptsächlich ist es erstmal der sogenannte cleaver das ist das teil rechts im bild da ist im prinzip ein messer drin oder eine scharfe kante und damit kann man das ende von der glasfaser gerade und ohne dass da irgendwas splittert oder abbricht abschneiden und das ist auch so ziemlich der wichtigste schritt bei jeder glasfaser verkabelung denn jede unsauberkeit die man am ende da hat die führt zu zusätzlicher dämpfung zu reflektionen und im zweifelsfall dazu dass entweder das kabel nicht funktioniert nicht gut funktioniert oder schlimmer noch wenn zu viel reflektion eventuell sogar euer sfp also die sendeeinrichtung da am ende beschädigt wird das zweite wäre irgendwas zum abisolieren normalerweise seitenschneider aber das wird halt eng ich schätze mal die meisten leute können nicht irgendwie auf 9 mikrometer genau die hand halten von daher was spezielleres ist da durchaus hilfreich bei meinem kliber hier da war dieses blaue teil in der mitte dabei das hat auch eine klinge damit kann man abisolieren das kann ausreichend sein braucht man ein bisschen fingerspitzen gefühl habe ich nicht und außerdem vertraue ich dem ding nur so mäßig deswegen habe ich mir die zange links daneben noch gekauft ist auch nicht so teuer und die hat vorne in der spitze entsprechend ein paar rillen die dem glasfaser durchmesser so pi mal daumen entsprechen im prinzip man legt einfach die glasfaser rein drückt komplett zusammen zieht drüber und dann ist das ding so gut wie abisoliert das ganze zusammen also 40 meter kabel zehn stecker und das ganze werkzeug hier das hat mich so insgesamt ich glaube 50 60 euro gekostet das ist vertretbar vor allen dingen gerade das werkzeug kann man ja wieder verwerten das ist ja nichts was hier versenkt wird so wollen wir mal das hier ist jetzt mein erster versuch und das ist wirklich nur ein versuch das hier ist ein reststück und ich werde auch keinen stecker drauf stecken die sind zu teuer dafür aber zumindest den rest mal gucken ob ich es überhaupt hinkriege das heißt probieren wir uns mal die äußere isolierung muss auf jeden fall ab so viel kann ich schon mal sagen wie eben schon gesagt ich habe das so noch nicht gemacht und habe auch nicht ganz das richtige werkzeug dafür das heißt dass hier mehr erfahrungsbericht als empfehlung sowas zu tun und ja ich gucke einfach mal wie das dann aussieht also haben hier auf jeden fall schon unser kevlar da muss man ein bisschen aufpassen ich meine man kann es mit den zangen schneiden aber so werden halt dann relativ schnell stumpf und hier haben wir die innere tube mit den fasern gewinnen auch die hier muss ich noch mit dem seitenschneider bearbeiten natürlich aufpassen dass ich die faser nicht erwisch mir geht es hauptsächlich hier jetzt erstmal darum zu merken wie gut funktioniert so muss ich aufpassen und da haben wir schon die erste faser abgesäbelt glasfasern die abgesäbelt sind am besten in irgendeinen geschlossenen container rein tun naja das ist halt glas und da wollte eventuell nicht rein treten oder sowas also hier muss auf jeden fall aufpassen beim abschneiden der links dieser äußeren hülle aber wir haben auf jeden fall drei fasern hier nehmen wir uns mal davon so versuchen wir mal das absolut dingen hier das sieht gut aus der ist tatsächlich ja probieren wir noch unser kommiges schneitgerät gedöses das hier an wo wird und die frage rein das mal zu schneiden auf und ja es ist ab ja normalerweise klappt man das hoch ok also schneiden scheint auch zu funktionieren also ich weiß ich kann offensichtlich mehrfach ab isolieren schauen wir mal dann gebe ich mich wohl oder übel mal zu einer echten faser und versuchen mal so einen stecker draufzusetzen notgedrungen an beiden seiten und dann heißt es wohl augen zu und durch in der hoffnung dass dann die dämpel nicht zu hoch wird und haben unsere vier fersern gelb rot grün blau das sieht doch schon mal gut aus also alle vier sind noch ganz color code fibers red green yellow blue also rot und grün sind soweit ich das sehe nach iec 60 304 müsste das sein die wir brauchen rot und grün gucken wir mal rot ist da grün ist da das sind die mittleren bei blau da geht so wie kriegen wir blau und geld jetzt so auf seite das ist nicht direkt brechen aber auch auf seite sind ich tendiere ja fast so ein bisschen kleben ist auch misst wenn ich auf seite klebe dann habe ich direkt das nächste problem dann kriege ich nämlich nicht mehr hoch für zu schneiden naja gut wir wollen 45 mm ab isolieren 9 gebrochen jetzt 3 bis 1 bis grün gerade halten das sieht prinzipiell erstmal besser aus ok grün haben da was werden die nächste gelb und blau probieren was mal mit gelb und am ende solange ich dokumentiere ist mir das jetzt hier viel zu hause egal ungefähr hier ok na gut dann sonst die beiden so hier hätte ich jetzt auch gerne ein neues kühlchen also einmal tuch frisch aus der packung ok meine kamera springt eigentlich ständig aus deswegen ich weiß nicht ob wir das letzte gesehen haben aber versuchen wir uns noch mal aber machen wir das noch mal wir sollen zwölf abschneiden ich schneide ein bisschen mehr ab also bisschen weniger ab so und zack das stück dahinten sagen wir direkt mal im geschlossenen container bevor uns das gleich in den fingern hängt jetzt brauchen wir einen hiervon der hier muss darüber ohne anzudecken versteht sich dann der hier muss hinten sein aufklappen und zwar so lange bis es sich ein bisschen nach oben biegt jetzt hier vorne den nach vorne ziehen dann können wir runter klappen das würde jetzt bei einer einzelfaser entsprechend die verbindung herstellen hier haben wir das den luxus nicht das heißt einfach sehr vorsichtig damit sein und vorne theoretisch haben wir jetzt den stecker fest das muss es nur noch gleich funktionieren das gibt mir spaß ok soweit so gut und ich würde sagen wir gucken einfach erstmal ob da auf der anderen seite was rauskommt dafür haben wir diesen wunderschönen ja definitiv zu großen laser da sollte man nicht rein gucken also ihr seht hier ist die schutzkappe drauf und wenn ich ihn einschalte ne der leuchtet im zweifelsfall da durch und ja der hat schon den richtigen links ich mache jetzt die stecker mal nicht sauber ich hoffe einfach sie sind sauber genug das hier ist ja auch kein transciber also rein damit wir sehen hier schon die faser leuchtet hier außen rum schon ok so müsste das gehen schauen wir mal auf der anderen seite ob da was an bild kommt und einmal quer über das ganze gelände zum anderen ende der faser da habe ich auch schon die stecker drauf gemacht und ja ich glaube das bild hier soll uns sagen offensichtlich kommt das licht durch die schutzkappe leuchtet durch also sieht schon mal soweit ganz gut aus habe das ganze natürlich dann auch mit der anderen faser nochmal durchgeführt und selbes ergebnis also offensichtlich kommt zumindest schon mal licht von a nach b und ja da haben sie zumindest nicht komplett kaputt gemacht und ja für den ersten versuch würde ich sagen ist doch schon mal ein anfang so bevor ich jetzt aber weitermache erstmal noch ein bisschen verstärkung hier ich werde einfach hier ein bisschen ein quadrat kupferdraht mit dran machen so dass das ding ein bisschen starrer wird und nicht die die glasfasern mehr als nötig geknickt werden ein bisschen muss ich so wahrscheinlich knicken wir gucken ganz nebeneinander passt das nicht das heißt der hier so drüber und was ich noch holen werde hier habe ich irgendwo schon ein passendes ding und zwar ist das hier so eine buchse buchse adapter dann können wir die hier rein stecken die schon mal halbwegs an einer position wo es hoffentlich nicht mehr so viel wackelt und da täpeln wir das dann jetzt schön dran das sieht schon mal besser aus wenn ich jetzt hochhebe die glasfasern haben jetzt relativ wenig last drauf ich weiß gerade was mir gerade auffällt ich habe die kontakte ja nicht gereinigt ich meine es war ein original verpackt aber naja das heißt ja nichts nur weil der hersteller da seinen deckel drauf gemacht hat heißt das nicht dass er es vorher vernünftig benutzt hat und jetzt ist es so ich habe jetzt keine lust mehr das noch mal auseinander zu machen bei hier so einer kurzen strecke hält sich da meine motivation da mehr rein zu stecken doch in grenzen ich meine im zweifelsfall wird es gleich noch mal gemacht aber ich habe die befürchtung dass das ding jetzt nicht so verschmutzt ist dass das nennenswert was ausmacht gegenüber meiner wunderschönen stecker orgie hier ich denke hier so ist das schon ganz okay ist es nicht aber es reicht aus und haben jetzt hier schon patchkabel dran auf der anderen seite ist hier schon lc stecker und wie ihr seht ich habe schon transceiver drauf was ist das sieht gut aus 1,25 gigabit sfp 13c nanometer also single mode zehn kilometer ddm und ich meine sogar dass die hier mit den hp switchen die ich habe kompatibel waren die hatte ich mir glaube ich extra hier für das projekt gekauft gehabt das müssten die sein ist jetzt kein original hp aber die sind zumindest so weit gebastelt in der firmware von dem teil hier dass der hp die erkennt und sagt ja er passt schon ich muss mal gucken ich glaube meine switche können keine statistiken rausrücken aber ich klemm den hier jetzt erstmal hier an meinen snc switch an weil das ist der der hier den uplink spielen soll dann gucken wir gleich mal an der anderen stelle wie es da aussieht ob wir da auch weiter kommen ja sieht das ist licht und das ist definitiv auch infrarot licht und trommelwirbel ich stecke es jetzt ein daumen drücken ich habe ein glasfasser link so ich habe jetzt also meine glasfasser strecke und das war doch ein langer weg bis zu der strecke ja hauptsächlich halt weil war viel aufwand das zu machen der gesehen ich musste irgendwie die rohre erstmal finden die rohre dann in der wand finden die rohre irgendwie auseinander basteln so dass man da wieder dran kommt ja das ganze kombiniert mit ich habe nicht wirklich motivation mich darum zu kümmern weil die kupferleitung ja meistens auch funktioniert hat dann dazu geführt dass ich das immer wieder nach hinten geschoben habe dieses projekt aber jetzt war ja langsam die zeit gekommen dass man eventuell ein bisschen mehr remote arbeit macht und wenn man gerade remote irgendwie im studio sitzt das sich bequem gemacht hat und auf dem laptop gerade kritische systeme bearbeitet und dann die verbindung abbricht ja das ist nicht so angenehm ja ich hab dann zwar auch immer da natürlich noch ein backup leitung wo drüber ich arbeiten kann aber naja das war dann doch so der zeitpunkt wo ich mir dann die motivation gefasst habe okay wir machen die glasfasser jetzt mal fertig und ja das war irgendwie angenehmer als ich das gedacht hätte denn glasfasser ist mir jetzt zwar nicht unbekannt aber gerade so verlegen oder spleißen habe ich normalerweise nix mit zu tun und die leute mit denen ich dann zu tun habe die das dann extern machen wir sind halt leute mit spleißgerät das heißt wenn man die darauf anspricht hier mechanische spleißen spliceless connector dann sagen wir mal sie sind nur mäßig davon überzeugt ich hätte jetzt natürlich gerne noch ein paar messwerte gehabt aber naja die switche die hier sind leider zu alt dass sie nicht die diagnosefunktion von den sfps nutzen können das heißt damit komme ich erstmal nicht weiter und messgerät habe ich hier zwar auch zugriff auf eins aber erfahrungsgemäß ist da die messtoleranz von dem messgerät höher als jeder kabelbruch von daher ich glaube das lohnt nicht wirklich mal gucken wenn irgendwie mal wieder eine glasfasser ansteht vielleicht kann ich jemanden bequatschen dass er da mal ein professionelles ding ausleiht und dann werfen wir mal einen blick drauf jetzt habe ich die ganze zeit gesagt dass das probleme lösen soll ich glaube soll ist aber der falsche wort denn hat es bereits getan das was er eben gesehen habe dieses einstecken und schalten der leitung das war im märz und so das ist jetzt ein gutes halbes jahr her über ein halbes jahr schon und seitdem hatte ich keinen einzigen ausfall also offensichtlich können wir mit fug und recht sagen dass die stecker und hier die ganze bastelei offensichtlich das tut was es soll so